Das letzte Video aus meiner LK Reihe. Wir beschäftigen uns mit der Gammaspektroskopie. Dafür besprechen wir den Begriff Sintillation, führen eine Untersuchung von Gammastrahlung mit einem Sintillationszähler durch und sehen uns das Gammaspektrum sowie einige Berechnungen an. Wir beginnen mit einem sogenannten Triggerleitmarker. Das ist ein kleines Glasröhrchen, in dem sich radioaktives Tritium befindet, das heißt H3. Das Tritium emittiert Beta-Minusstrahlung und diese Beta-Strahlung reagiert mit einer Beschichtung dieses Glasröhrchens, sodass ein Leuchten entsteht. Außen um das Glasröhrchen drumherum ist ein etwas größerer Glasblock und das Ganze ist in Metall eingefasst und mit so einem Ring versehen. Das kann man sich dann an einen Schlüsselbund machen oder ähnliches. Ob man das jetzt unbedingt braucht, ist eine andere Frage, aber für den Physikunterricht ist es auf jeden Fall sehr interessant, weil es eben die Sintillation verdeutlicht, das heißt eine Leuchterscheinung, die verursacht wird durch radioaktive Strahlung. Das ist hier bei der Verwendung von Tritium relativ ungefährlich, weil das eben nur Beta-Strahlung ist, die auch aus diesem Glaskörper nicht herauskommt. Diese Leuchterscheinung nutzt man in ähnlicher Weise, um ein Gammaspektrum aufzunehmen. Das heißt, die radioaktive Strahlung verursacht ein Leuchten und das Licht, was da entsteht, das wird dann eben analysiert mit Hilfe eines Photomultipliers. Das erkläre ich gleich noch. Und daraus nimmt man dann eben ein Spektrum auf für die Gammastrahlung. Das geht prinzipiell auch mit Alpha- oder mit Beta-Strahlung, aber hier machen wir das erstmal mit Gammastrahlung. Gehen wir direkt über zum Experiment. Das, was ihr hier links sehen könnt, dieses schwarze Rohr, das ist eben ein Sintillationszähler. Im Wesentlichen steckt da oben die Leuchtschicht drin und unten ein Photomultiplier. Hier seht ihr einmal in der Nahaufnahme die Leuchtschicht, den Sintillator nennt man den auch. Das ist ein Kristall, der aus Natrium-Jodid besteht, dotiert Metallium. Also Sintillator, so nennt man eben diesen Kristall, der das Leuchten verursacht. So ähnlich wie die Beschichtung bei dem Glasröhrchen, was wir gerade gesehen haben. In dieser schwarzen Röhre sitzt der sogenannte Photomultiplier. Der verstärkt das Licht und formt es um in ein elektrisches Signal. Die Sintillation wird hier verursacht durch einen Kristall aus Natrium-Jodid, NAI, dotiert mit Tallium. Dotieren heißt ein gezieltes Einfügen von Fremdatomen, allerdings in sehr geringer Konzentration. Und diese Fremdatome sind dann die Zentren, wo diese Leuchterscheinungen entstehen. Oben auf den Sintillationszähler wird normalerweise eine Schutzschicht aufgesetzt. Letztendlich dient diese Schutzscheibe nur dazu, dass der Kristall, der eben sehr bruchempfindlich ist, nicht kaputt geht. An den Sintillationszähler, im Wesentlichen an den Photomultiplier, ist ein Impulshöhenanalysator angeschlossen. Das ist ein Gerät, das die Höhe der eintreffenden elektrischen Impulse einordnet in bestimmte Kanäle. Das Spektrum wird letztendlich auf einem Laptop dargestellt. In einem Diagramm nach rechts aufgetragen wird die Energie der Impulse und nach oben hin auf der Y-Achse die Zahl der Impulse. Das Präparat, was wir untersuchen, ist das Mischpräparat mit Cäsium-137 unter anderem. Da ist zwar auch Amerikium-241 drin und Strontium-90. Allerdings habe ich festgestellt, dass deren Energien in diesem Spektrum gar nicht oder fast gar nicht auftauchen. Das heißt, im Wesentlichen messen wir hier das Spektrum von Cäsium-137. Cäsium-137 ist an sich erstmal ein Beta-Strahler, ein Beta-Minus-Strahler. Allerdings wird in der Folge dieses Beta-Zerfalls eben auch Gammastrahlung freigesetzt. Das rote Gerät hier ist ein Netzgerät für den Photomultiplier. Damit stelle ich die Spannung für den Photomultiplier zur Verfügung. Die muss ich hier einstellen auf 0,85 Kilovolt bei unserem Gerät. Dann passt das mit dem Spektrum genau. Das Präparat, der Strahlerstift, befindet sich jetzt über dem Photomultiplier. Der ist übrigens deswegen senkrecht aufgestellt, weil da schlicht und ergreifend eine Verbindungsstelle ist, die zusammengesteckt ist. Ich starte dann auf dem Computer das entsprechende Programm. Man sieht, dass die Zerfälle aufaddiert werden. Das heißt, die Kurve steigt an. Sie springt dann irgendwann auch wieder zurück in einen anderen Messbereich, weil eben die Y-Achse automatisch eingestellt wird. Das heißt, wenn die Zahl der Impulse die höchsten Werte überschreitet, dann wird die Y-Achse eben anders eingeteilt. Deswegen geht dann die Kurve wieder etwas zurück. Man kann außerdem sehen, dass die Kurve zunächst etwas chaotisch aussieht, sich dann aber immer mehr zu einer bestimmten gut sichtbaren Kurve zusammenfügt. Erstmal ist die Streuung natürlich sehr groß. Die nimmt dann mit der Zeit ab, je mehr ich messe, je länger die Messzeit ist. Hier habe ich jetzt einen Zeitraffer eingefügt, damit wir nicht ganz so lange warten müssen. Gehen wir über zur Theorie. Wir werten dann natürlich nachher auch das Spektrum aus. Aber erst mal ein paar Worte dazu. Gammaspektroskopie mit dem Sintillationszähler. Bei der Gammaspektroskopie wird das Energiespektrum eines Gammastrahlers gemessen. Gammastrahlung ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Die Photonen oder Quanten der Gammastrahlung, die nenne ich dann später immer Gamma-Photonen oder Gamma-Quanten, haben immer diskrete, das heißt bestimmte, nicht kontinuierliche Energien. Sie hat daher, also die Gammastrahlung hat daher immer ein charakteristisches Energiespektrum mit scharf abgegrenzten Linien. Ein Linienspektrum. So ähnlich haben wir das schon kennengelernt bei der Spektralanalyse von Licht. Auch da gab es Lichtquellen, die Spektrallampen zum Beispiel, die ein charakteristisches Licht mit ganz bestimmten abgegrenzten Linien emittieren. Und dann gab es auch Lichtquellen, die ein kontinuierliches Spektrum haben, beispielsweise die Sonne oder eben eine Glühlampe. Also die Gammastrahler haben ein Linienspektrum. Allerdings natürlich mit anderen Energien als das optische Licht. Ähnlich wie bei der Spektralanalyse von Licht mit einem Gitter kann das Spektrum der Gammastrahlung eines radioaktiven Stoffes mit einem entsprechenden Detektor analysiert werden. Als Detektoren eignen sich Halbleiterdetektoren oder Sintillationszähler. Halbleiterdetektoren besprechen wir kurz theoretisch auch in diesem Video, da zeige ich gleich noch eine Abbildung. Aber ausführlich machen wir das mit dem Sintillationszähler. Daran kann man nämlich noch einige andere physikalische Phänomene wiederholen aus der Q1. Durch diese Spektroskopie können Rückschlüsse auf die in dem radioaktiven Stoff enthaltenen Radionuklide gezogen werden. Man kann damit dann eben feststellen, welche Substanzen hat man denn da vor sich. Also damit kann man eine Analyse durchführen der Substanzen. Zum anderen werden diese Sintillationszähler auch in ähnlicher Form als Gamma-Kameras bei medizinischen Untersuchungen eingesetzt. Ein solches Gammaspektrum kann nicht mit einem Geigerzähler aufgenommen werden. Bei einem Geigerzähler lösen alle Formen von ionisierender Strahlung eine lawinenartige Ionisation im Zählrohr aus, egal welche Energie die Strahlung hatte und um welche Strahlungsart es sich handelte. Mit einem Geigerzähler könnt ihr also nicht unterscheiden, liegt da jetzt überhaupt ein Gamma-Strahler oder ein Beta-Strahler zum Beispiel vor, beziehungsweise welche Energie hat der da emittiert, dieser Gamma-Strahler oder Beta-Strahler. Man könnte höchstens bei einem Geigerzähler grob die Strahlungsart unterscheiden mit einer Blende eben aus ein paar Millimetern Aluminium, weil man dann weiß, dass die Beta-Strahlung das Geiger-Müller-Zählrohr nicht erreicht. So wird das ja auch bei unserem Dosis-Leistungs-Messgerät gemacht, das ich im letzten Video gezeigt habe. Aber eine genaue Energiemessung kann damit eben nicht stattfinden. Kommen wir erstmal zumindest theoretisch zum Halbleiter-Detektor. Ein Gamma-Spektrum kann durch einen Halbleiter-Detektor aufgenommen werden. Das ist im Prinzip eine Halbleiter-Diode, die in Sperrrichtung geschaltet ist. An der Stelle kann ich euch empfehlen, nochmal das Video zum Thema Halbleiter anzuschauen. Da habe ich das erklärt. Die ionisierende Strahlung erzeugt in der Sperrschicht Elektron-Lochpaare, die im elektrischen Feld zum Pluspol bzw. zum Minuspol des Netzgerätes beschleunigt und in Anführungszeichen abgesaugt werden. Dadurch entsteht ein kurzer Stromimpuls, der von einem Impulshöhenanalysator registriert wird. Je höher die Energie der ursprünglich eingetroffenen Strahlung, desto höher auch der Impuls. Halbleiter-Detektoren haben ein sehr gutes Energieauflösungsvermögen. Nachteile sind die notwendige Kühlung des Detektors, also meistens muss man die Dinger kühlen, und die relativ hohen Kosten. Das vereinfachte Prinzip habe ich einmal hier dargestellt eines Halbleiter-Detektors. Ihr seht zwei Halbleiter-Schichten, links eine N-Dotierung und auf der rechten Hälfte eine P-Dotierung. Diese beiden Halbleiter-Schichten bilden einen P-N-Übergang, der in Sperrrichtung geschaltet ist. Das heißt, an der P-Dotierung liegt der Minuspol an des Netzgerätes und an der N-Dotierung der Pluspol. Das heißt auch, dass die überflüssigen Elektronen der N-Schicht abgesaugt worden sind schon zum Pluspol des Netzgerätes. Und die Löcher aus der P-Dotierung sind schon abgesaugt worden zum Minuspol des Netzgerätes. Oder wenn ihr es anders ausdrücken wollt, da sind eben Elektronen geliefert worden in die Löcher, wie auch immer. Wir haben also einen P-N-Übergang, kurz gesagt, mit einer relativ großen Sperrschicht, wo eben erstmal kein Strom fließt. Wenn aber jetzt radioaktive Strahlung eintritt, hier in Form dieser geschlängelten Linie, hier Gammastrahlung als Beispiel, dann werden eben Elektronen-Lochpaare erzeugt. Das ist jetzt hier ein bisschen vereinfacht dargestellt. Eigentlich würde diese ganze Gamma-Energie von diesem Gamma-Quant erstmal auf ein Elektron übertragen, im Fotoeffekt in den meisten Fällen. Und das Elektron würde dann wiederum seine Energie weiter abgeben an andere Elektronen. Das ist hier ein bisschen vereinfacht dargestellt. Im Prinzip könnte das aber jetzt auch ein Alpha-Teilchen sein, was da eindringt in diese Schicht. Oder ein Beta-Teilchen und das könnte dann auch wiederum auf mehrere Elektronen seine Energie übertragen. Kurz gesagt, es werden Elektronen und Löcher erzeugt, Elektron-Lochpaare erzeugt und die Elektronen werden nach links beschleunigt und die Löcher eben nach rechts. Kurz gesagt, es fließt ein kurzer Strom durch einen Widerstand und an diesem Widerstand kann ich dann für kurze Zeit eben eine Spannung messen, beziehungsweise einen Impulshöhenanalysator anschließen, der dann wieder einordnet, wie hoch war dieser Impuls. Die Höhe des Impulses kann zugeordnet werden zu einer bestimmten Energie, die ursprünglich in diese Sperrschicht eingestrahlt wurde. Das heißt, wir erhalten daraus letztendlich wieder ein Diagramm. Auf der x-Achse steht wieder die Energie in Kilo-Elektronenvolt und auf der y-Achse die Zahl der Impulse. Bei Gammastrahlung würde man dann ein Linienspektrum erhalten. Das heißt, relativ scharf abgegrenzte Linien werden dann zu sehen. Wobei auch das ein bisschen vereinfacht ist. Man hat da immer noch so ein paar Nebeneffekte. Auf der y-Achse wäre das dann nicht ganz auf Null ganz scharf abgegrenzt bei bestimmten Energien, sondern eben mit leichten Schwankungen versehen. Aber das besprechen wir dann beim Zintillationszähler noch genauer. Da treten die nämlich viel deutlicher auf. Also eigentlich ist, um ein Gammaspektrum aufzunehmen, ein Halbleiterdetektor besser als ein Zintillationszähler. Aber weil es eben erstens in der Schule in dem Maße jetzt hier nicht vorhanden ist und zweitens, weil man viele schöne physikalische Nebeneffekte noch besprechen kann, wird das in der Schule oft mit dem Zintillationszähler gemacht. Außerdem werden ja Zintillationszähler auch noch häufig verwendet, zum Beispiel in der Teilchenphysik oder auch im medizinischen Bereich. Deswegen liegt unser Schwerpunkt auf dem Zintillationszähler. Mit diesem Zähler nehmen wir das Gammaspektrum von Cäsium-137, also CS-137 auf. Eine Zintillation ist eine Aussendung von Lichtblitzen. Sichtbares Licht, wenn radioaktive Strahlung auf ein bestimmtes Material trifft und die darin enthaltenen Atome energetisch anregt. Die Elektronen der Atome besetzen daraufhin höhere Energieniveaus und beim Übergang in den energetisch niedrigeren Grundzustand wird dann Licht emittiert. Das Material, in dem die Lichtblitze entstehen, heißt auch Zintillator. So und bei der Abbildung links, da seht ihr nochmal dieses Triggerlight. Das heißt, da entsteht durch die Beta-Strahlung von radioaktivem Tritium in einem Glasröhrchen in der entsprechenden Leuchtschicht dann eben ein Leuchten. Ich habe in der Literatur nicht ganz offiziell gefunden, dass das jetzt Zintillation genannt wird bei so einem Marker. Aber im Prinzip ist es der gleiche physikalische Effekt, der eben auch in unserem Zintillationszähler dann stattfindet. Es gibt viele verschiedene Zintillator-Materialien, Feststoffe, Flüssigkeiten, anorganische, organische Stoffe. Der Zintillator in unserem Zintillationszähler besteht aus einem Feststoff, aus Natrium-Judit, aus einem Kristall, NAI, das mit Thallium-TL dotiert ist. Eine Dotierung ist das gezielte Einbringen von Fremdatomen in sehr geringen Konzentrationen in einen Kristall. An den Thallium-Atomen im Zintillator finden dann diese Lichtemissionen statt. Kurz gesagt, radioaktive Strahlung. Hier die Gammastrahlung bewirkt Lichtblitze in einem Zintillator. Das Licht muss danach in ein elektrisches Signal umgeformt werden. Das geschieht wiederum mit einem sogenannten Photomultiplier. Ich habe ein einfaches Schema, ein vereinfachtes Schema eines Zintillationszählers gezeichnet. Links befindet sich der Zintillator. Das heißt, von links müsste gleich die Strahlung dann dort eintreffen. Hinter dem Zintillator ist ein Lichtleiter befestigt. Und der Lichtleiter, wie der Name schon sagt, leitet das Licht weiter auf eine Fotokathode. Und die Fotokathode ist nun schon Bestandteil des Photomultipliers. Das heißt, alles, was rechts von diesem Lichtleiter sich befindet, ist Bestandteil des Photomultipliers. Das Licht trifft dann auf eine Fotokathode, löst dort Elektronen aus. Die Elektronen werden von einer Dynode zunächst beschleunigt über eine Spannungsteilerschaltung mit Widerständen. Und letztendlich treffen dann die Elektronen auf eine Anode und werden dort wiederum registriert über einen Messwiderstand mit einem Impulshöhenanalysator. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich dann jetzt im Folgenden noch. Hier steht an dem Netzgerät ca. 1-2 kV. Das ist meistens so. Bei uns waren es jetzt gerade 850 Volt, etwas weniger als 1 kV. Ja, wie kommt es zu den Lichtemissionen? Das einfallende Gamma-Photon oder Gamma-Quant gibt entweder seine gesamte Energie durch den Photoeffekt oder einen Teil seiner Energie durch den Compton-Effekt an ein Elektron des Zintillatormaterials ab. Das Elektron gibt die aufgenommene Energie an weitere Elektronen im Zintillator ab. Dadurch werden mehrere Elektronen in energetisch höhere Zustände gebracht. Durch die Emission von Licht gelangen die Elektronen wieder in den Grundzustand. Warum ist das wichtig, hier zu erwähnen, dass die Energie auf mehrere Elektronen verteilt wird? Wenn ihr euch überlegt, das Gamma-Quant trifft zunächst auf ein Elektron, überträgt seine gesamte Energie und das Elektron würde nun wieder diese gesamte Energie auch wieder imitieren, dann hätten wir ja wieder dieselbe Energie wie beim Gamma-Quant. Das könnte dann ja kein sichtbares Licht sein, weil die Energie des sichtbaren Lichtes ja generell geringer ist als die der Gamma-Strahlung, wenn ich jetzt ein Quant betrachte. Dazu beinhaltet der Zintillationszähler einen weiteren wichtigen Baustein, nämlich den Photomultiplier, den Fotoelektronenvervielfacher. Von links trifft radioaktive Strahlung auf den Zintillator und es werden Elektronen in höhere Energiezustände gebracht. Wenn die Elektronen wieder in den Grundzustand übergehen, senden sie Licht aus. Die habe ich hier in rot dargestellt, die Lichtquanten. Zum Teil treffen diese Lichtquanten dann auf die Fotokathode, über den Lichtleiter auf die Fotokathode. Und ein Teil davon wiederum mit einer bestimmten Quote, mit einem bestimmten Anteil, lösen diese Lichtquanten Elektronen aus, die dann zur ersten Dynode erstmal beschleunigt werden. Die Dynoden sind diese leicht abgeschrägten Elektroden. Das sind einfach Metallplättchen, diese Dynoden, die allerdings mit einem bestimmten Material beschichtet sind. Dieses Material sorgt dafür, dass beim Auftreffen eines Elektrons weitere Elektronen ausgelöst werden. Ich habe hier immer eine Verdopplung dargestellt. Das heißt, beim Auftreffen auf die erste Dynode werden zwei Elektronen dann weiter beschleunigt. Also erstmal das vorangegangene Elektronen und ein weiteres. Aber dieser Faktor kann eben auch wesentlich höher sein. Also ich habe hier eine Verdopplung dargestellt, weil das zeichnerisch etwas einfacher war als eine Verfünffachung. Aber im Prinzip kann das eben auch eine höhere Vervielfachung sein. Diese Beschleunigung erfolgt über die Spannung, die insgesamt an den Photomultiplier angelegt wird. Das sind dann so circa 1 bis 2 kV. Bei uns im Experiment waren es 850 Volt. Das Ganze erfolgt über eine Spannungsteilerschaltung mit Widerständen. Das heißt, zwischen zwei Dynoden liegt immer ein Teil der Gesamtspannung an, sodass die Elektronen immer von links nach rechts beschleunigt werden. Also die rechte Dynode ist gegenüber der linken immer positiv geladen. Das heißt, die Elektronen werden dann auch immer nach rechts hin weiter beschleunigt. Letztendlich treffen die Elektronen, die vervielfachten und beschleunigten Elektronen, dann auf eine Anode und fließen über einen Messwiderstand zum Pluspol des Messgerätes ab, der hier geerdet ist. An dem Messwiderstand kann dann wiederum in der Folge eine Spannung gemessen werden, einen Spannungsimpuls, beziehungsweise man kann diesen Impuls dann analysieren mit einem Impulshöhenanalysator. Hier nochmal in schriftlicher Form. Die Lichtquanten gelangen durch den Lichtleiter und lösen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Elektronen aus der Fotokathode. Ein ausgelöstes Elektron wird durch eine Kette von Dynoden beschleunigt. Durch eine Spannungsteilerschaltung ist immer die rechte Dynode im Vergleich zur vorhergehenden linken Dynode positiv geladen. Außerdem sind die Dynoden mit einer speziellen Beschichtung versehen, die zur Sekundäremission von weiteren Elektronen dient. Hier ist jeweils eine Verdopplung dargestellt, die Vervielfachung kann aber auch wesentlich größer sein. Die Elektronen gelangen zum Schluss zu einer Anode und fließen von dort über einen Widerstand zum Pluspol des Netzgerätes. Der kurze Stromfluss, der Impuls in Anführungszeichen, verursacht eine Spannung am Widerstand. Je größer die Energieabgabe der ursprünglich eingefallenen Gammaquanten, desto größer der Strom- bzw. Spannungsimpuls. Dadurch kann überhaupt erst ein Energiespektrum aufgenommen werden. Also sowohl beim Halbleiterdetektor als auch beim Sintillationszähler ist es so, je größer die Energie des ursprünglichen Gammaquants, desto größer ist dann eben auch dieser Spannungsimpuls, der dann durch den Impulshöhenanalysator eingeordnet wird in bestimmte Kanäle. Ein angeschlossener Impulshöhenanalysator ordnet den Höhen der Impulse, die Anzahl der Impulse zu, genauso wie beim Halbleiterdetektor. Und man kann auf der X-Achse dann eben die entsprechenden Energien der Zerfälle ablesen. Kommen wir noch kurz zu dieser Spannungsteilerschaltung. Eine ganz einfache Reihenschaltung aus fünf Widerständen mit jeweils einem Kiloohm. Oben seht ihr eine Spannungsquelle. Die Widerstände sind alle gleich, die haben jeweils ein Kiloohm. So, ich schalte das Netzgerät ein und ein Voltmeter und messe erst einmal die Gesamtspannung. Ich stelle diese Gesamtspannung auf 10 Volt ein. Danach messe ich jeweils die Spannung an einem Widerstand. Und siehe da, bei fünf Widerständen ist jeweils die Spannung bei einem Widerstand ungefähr gleich 2 Volt. Das ist nicht zu 100 Prozent präzise, weil die Widerstände halt ganz leicht unterschiedlich sind und auch das Messgerät natürlich nicht hundertprozentig genau. Die Spannungsteilerschaltung sorgt dafür, dass an jedem Widerstand, eben wie der Name schon sagt, ein Teil der Spannung zu messen ist. Insgesamt liegen 10 Volt an und bei jedem Widerstand hier in dieser Schaltung 2 Volt. Das fertige Gammaspektrum habe ich mit Excel noch einmal gezeichnet, habe mir von dem Gerät die Werte ausgeben lassen und dann das Ganze in eine Excel-Tabelle eingefügt. Das wäre also jetzt das Gammaspektrum von Celsium-137. Auf der X-Achse seht ihr die Energie der Gamma-Quanten in Kilo-Elektronenvolt und auf der Y-Achse die Zahl der Impulse. Im Wesentlichen zählt für uns der sogenannte Photopeak. Das heißt, ihr seht da rechts den höchsten Peak in diesem ganzen Spektrum. Das ist der sogenannte Photopeak, der durch den Photoeffekt entsteht, wenn ein Gamma-Quant eben seine gesamte Energie an einen Elektron im Sintillator abgibt. Das erkläre ich gleich noch einmal genauer. Des Weiteren, auch physikalisch interessant, aber hier nicht relevant zur Einordnung von Celsium-137, ist unter anderem die Compton-Kante oder auch der Rückstreu-Peak oder ganz links im Spektrum, das habe ich jetzt noch nicht beschriftet, die sogenannten K-Linien. Aber zur Identifizierung des Celsium-137 würde hier in erster Linie der Photopeak dienen. Für das Spektrum des Gamma-Strahlers, hier Celsium-137 beziehungsweise Barium-137m, m für metastabil, ist nur der sogenannte Photopeak bei E gleich 662 Kilo Elektronenvolt maßgeblich. Zu diesem Photopeak führt folgender Vorgang. Das ursprüngliche Gamma-Quant gibt seine gesamte Energie an ein Elektron des Zintillator-Materials ab durch den Photo-Effekt. Beim Zintillationszähler ist dieser Photopeak relativ breit, weil die Lichtquanten vom Zintillator nicht immer Elektronen aus der Kathode auslösen. Das passiert nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also nehmen wir an, ein Gamma-Quant trifft auf diesen Zintillator und löst dort zehn Lichtblitze aus, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel. Davon löst jetzt wiederum die Hälfte dann Elektronen aus. Dann erhalten wir natürlich einen entsprechenden vergleichsweise hohen Impuls. Wenn aber ein Gamma-Quant derselben Energie darauf trifft, ebenfalls zehn Photonen auslöst, die dann aber wiederum nur drei oder vier Elektronen auslösen, dann ist natürlich auch der Impuls, der nachher von diesem Photomultiplier beziehungsweise vom Impulshöhen-Analysator gemessen wird, etwas geringer. Das heißt, das gleiche Gamma-Quant, was am Anfang da reintrifft, das wird dann trotzdem einer etwas geringeren Energie zugeordnet in manchen Fällen. Deswegen hat dieser Photopeak also eine gewisse Breite. Wenn das Spektrum aber mit einem Halbleiter-Detektor aufgenommen wird, dann ist die Energieauflösung besser als beim Zintillationszähler. Dann sieht man mehr oder weniger nur eine Linie bei 662 Kilo Elektronenvolt. Deswegen ist eigentlich der Halbleiter-Detektor für die Aufnahme eines solchen Spektrums besser geeignet. Aber wie gesagt, hier kann man noch einiges physikalisches Interessantes dran sehen und man nutzt ja diese Geräte auch noch in Medizin und in Forschung. Trotzdem werden Zintillationszähler häufig benutzt, zum Beispiel in der Medizin in Form einer Gamma-Kamera, also viele Zintillationszähler nebeneinander, oder als Detektor bei der Positronen- Emissionstomographie, kurz PET, bei der durch Annihilation von Elektronen mit Positronen jeweils zwei Gamma-Quanten entstehen. Die fliegen dann in entgegengesetzte Richtungen und mit diesen Gamma-Kameras, letztendlich diesen Zintillationszählern, kann man dann eben diese Gamma-Quanten nachweisen. Zintillationszähler finden überall dort Anwendungen, wo in einem großen Volumen Strahlung nachgewiesen und analysiert werden soll. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Grundlagenforschung im Bereich der Teilchenphysik. Da sind die in sogenannten Kalorimetern oft eingebaut. Die Zintillationszähler können nämlich relativ kostengünstig sehr groß gebaut werden und müssen häufig nicht gekühlt werden. Das weiß ich nicht ganz genau, ob es auch welche gibt, die gekühlt werden müssen. Als nächstes schauen wir uns das Zerfallschema von Cäsium-137 an. Ich habe das wiederum etwas vereinfacht. Cäsium-137-55 hat eine Halbwertszeit von 30,08 Jahren und zerfällt über einen Beta-Zerfall unter anderem zu Barium-137-M, also einem metastabilen Barium-Nuklit. Das hat wiederum eine Halbwertszeit von 2,552 Minuten und zerfällt über Gamma-Zerfall zu dem stabilen Barium-137. Andererseits kann auch zu einem geringeren Anteil das Cäsium direkt über einen Beta-Zerfall zu diesem Barium reagieren. Der Gamma-Zerfall wird in den meisten Büchern dem Mutternuklit zugeordnet, das heißt dem Cäsium-137. Die Peaks links vom Photopeak spielen für das Energiespektrum des Cäsium-137 keine Rolle. Im Spektrum eines Halbleiterzählers wären sie kaum erkennbar, da wären diese Nebeneffekte links von dem Photopeak relativ klein. Die Peaks links werden durch Nebeneffekte verursacht, die aber auch physikalisch interessant sind. Prinzipiell können die Gamma-Quanten nämlich auch nur einen Teil ihrer Energie abgeben durch den Compton-Effekt an die Elektronen im Sintillator-Material. Bei einer Streuung um 180 Grad ist die Energieabgabe am größten. Da könntet ihr spaßeshalber einmal ausrechnen die größtmögliche Energieabgabe eines Gamma-Quants mit E-Photon gleich 662 Kilo Elektronenvolt durch den Compton-Effekt. Das heißt bei einer Streuung an einem Elektron um 180 Grad. Ja, dazu müsstet ihr im Buch einmal nachschlagen, die Formel für den Compton-Effekt für die Energieabgabe beim Compton-Effekt und dann würde ich euch empfehlen das einmal selber zu rechnen. Ich zeige euch gleich hier die Lösung. Die vom Gamma-Photon oder Gamma-Quant beim Compton-Effekt übertragene Energie ist Delta E gleich E-Photon 1 minus E-Photon 2. Delta E ist gleich H mal C durch Lambda 1 minus H mal C durch Lambda 2. Dem Photon wird ja eine Wellenlänge Lambda zugeordnet und beim ersten Photon was da erstmal eintrifft ursprünglich da ist die Wellenlänge etwas kleiner und durch den Compton-Effekt wird sie etwas größer das heißt Lambda 2 ist etwas größer als Lambda 1. Durch die Energieabgabe des Photons wird die Wellenlänge größer laut Compton-Effekt vergrößert sich die Wellenlänge um das wäre eben die Formel Delta Lambda gleich H geteilt durch Me0 mal C mal in Klammern 1 minus Cosinus von Phi. So jetzt müssen wir nochmal kurz sortieren was ist das denn eigentlich also Delta Lambda ist eben diese Wellenlängenänderung durch den Compton-Effekt H ist das Planck'sche Wirkungsquantum Me0 ist die Masse des Elektrons also die Ruhemasse C ist die Lichtgeschwindigkeit und Phi ist der Streuwinkel der sollte ja hier erstmal 180 Grad betragen dann ist nämlich das was in der Klammer da steht maximal groß 1 minus Cosinus Phi ist dann gleich 1 minus minus 1 also gleich 2 Bei einer Streuung um Phi gleich 180 Grad ist die Änderung der Wellenlänge beziehungsweise die Energieabgabe durch den Compton-Effekt maximal dann ist Cosinus von Phi gleich minus 1 daraus folgt 1 minus Cosinus von Phi ist gleich 2 also 1 minus minus 1 ist gleich 2 Delta Lambda ist gleich H durch Me0 mal C mal 1 minus Cosinus von Phi ist gleich 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden geteilt durch 9,109 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm mal 2,998 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde das Ganze mal 2 das ergibt 4,853 mal 10 hoch minus 12 Meter das ist also die Änderung der Wellenlänge Lambda 1 ist gleich H mal C geteilt durch E-Photon 1 ist gleich 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden mal 2,998 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde geteilt durch 662 Kilo Elektronenvolt allerdings müsst ihr natürlich immer wenn ihr mit Joule rechnet auf der einen Seite dann auch das Kilo Elektronenvolt in Joule umformen oder umgekehrt alles in Kilo Elektronenvolt rechnen hier macht es allerdings Sinn das Kilo Elektronenvolt in Joule umzurechnen damit man nachher auch Meter erhält als Wellenlänge also das Ganze ist dann gleich 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden mal 2,998 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde geteilt durch 662 mal 10 hoch 3 mal 1,602 mal 10 hoch minus 19 Joule ist gleich 1,873 mal 10 hoch minus 12 Meter das ist die Wellenlänge des ursprünglich eintreffenden Gammaquants Lambda 2 da müssen wir die beiden jetzt aufeinander rechnen die beiden Größen hier das heißt Lambda 1 plus die Wellenlängenänderung Lambda 2 ist gleich 1,873 mal 10 hoch minus 12 Meter plus 4,853 mal 10 hoch minus 12 Meter ist gleich 6,726 mal 10 hoch minus 12 Meter gefragt war ja nach der Energieabgabe Delta E ist dann gleich der Energie des Photons ursprünglich minus H mal C durch Lambda 2 das heißt 662 mal 10 hoch 3 mal 1,602 mal 10 hoch minus 19 Joule minus 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden mal 2,998 mal 10 hoch 8 Meter durch Sekunde geteilt durch 6,726 mal 10 hoch minus 12 Meter und das ergibt Delta E ist gleich 7,652 mal 10 hoch minus 14 Joule das entspricht 478 Kilo Elektronenvolt ja und wenn wir noch einmal in das Spektrum reingucken was wir vorhin aufgenommen haben sehen wir dass die Compton-Kante das ist nämlich genau der Bereich wo die maximale Energieübertragung durch den Compton-Effekt stattfindet bei etwa 480 Kilo Elektronenvolt liegt ja so in dem Bereich zumindest das heißt die Berechnung stimmt hier theoretisch auch mit der Praxis überein so man kann das ganze alternativ auch anders rechnen wenn jetzt da noch nach anderen Winkeln gefragt wäre oder sowas nach anderen Streuwinkeln könnte man auch sagen E-Photon 2 ist gleich H mal C durch Lambda 2 ist gleich H mal C geteilt durch Lambda 1 das kann ich ein bisschen umformen ich teile jetzt den Zähler und den Nenner jeweils durch Lambda 1 dann steht dort E-Photon 2 ist gleich H mal C durch Lambda 1 im Zähler geteilt durch 1 plus H durch Lambda 1 mal ME0 mal C mal 1 minus Cosinus von Phi im Nenner das kann ich wiederum umformen zu E-Photon ist gleich E-Photon 1 weil H mal C durch Lambda 1 ist ja gleich E-Photon 1 geteilt durch der Rest bleibt im Prinzip stehen außer dass ich den Bruch im Nenner mit C erweitert habe das heißt im Nenner steht 1 plus H mal C geteilt durch Lambda 1 mal ME0 mal C Quadrat mal Klammer auf 1 minus Cosinus Phi Klammer zu E-Photon 2 ist gleich E-Photon 1 geteilt durch und dann im Nenner 1 plus E-Photon 1 geteilt durch E-E0 mal in Klammern 1 minus Cosinus Phi und das E-Photon 1 ist klar das ist H mal C durch Lambda 1 und E-E0 bedeutet die Ruheenergie des Elektrons ja und so ist die Rechnung dann insofern etwas einfacher dass man diese Ruheenergie des Elektrons das sind 511 Kilo Elektronenvolt dann hier einfach einsetzen kann das heißt mit der Formel kann man dann auch alles mit Kilo Elektronenvolt rechnen im Spektrum liegt links von der Compton Kante ein weiterer Peak vor insgesamt können im gesamten Bereich links von der Compton Kante verschiedene Compton Wechselwirkungen stattfinden der Rückstreu Peak entsteht dadurch dass Gamma Quanten zunächst außerhalb des Sintillators durch den Compton Effekt einen Teil ihrer Energie abgeben und anschließend ihre gesamte Energie durch den Fotoeffekt im Sintillator abgeben ganz links im Spektrum liegen K-Linien charakteristische Röntgenlinien von Materialien die im Strahlerstift oder an der Wand des Zählers verbaut sind die Gammastrahlung entfernt Elektronen aus den K-Schalen von Atomen und ionisiert sie dadurch beim Wechsel von Elektronen aus den höheren Schalen in die Lücke emittiert das Atom Röntgenstrahlung siehe Video zur Röntgenstrahlung ja auch das schauen wir uns noch mal kurz an also da seht ihr die Compton Kante wie gesagt dann ganz viele Compton Ereignisse also irgendwelche Formen von Compton Streuung die dort stattfinden können den Rückstreu Peak sowie dann links vermutlich irgendwelche K-Linien die ich allerdings jetzt nicht zu 100% zuordnen kann also das könnten eventuell K-Linien vom Blei sein ja das war es zum Thema Gammaspektroskopie und das war es auch für meine LK Reihe ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald